Hier ist offen immer eine Person, die ich nicht kenne. Dann muss ich das offen immer auch ein Entfügen mit dem Weg. Soll der mich zu meinem Fenster. Gut, dann geh ich da hoch. Dann deck ich Tiger den Rücken. Oh, danke. Okay, der Steve weiß auf jeden Fall schon mal, was er tut, glaube ich. Warum nicht? Noch lebt er, das ist doch schon mal gut. Instakill für alle. Wie wär's mit nem Insta aufbauen? Noch sind ja keine da. Ja, aber... Wenn der Boss hier nichts ist, dann von außen vor, ja. Aber dann geht's noch. Oh nein. Geh weg, du Schwein. Au, au. Ah, ich musste mich grad umsetzen auf dem Stuhl. Und dann kam das Schwein. Ich bin ja da. Der Schwein ist auch wieder da. Ich bin ja sonst bevor es eier regt. Genau, schnell weg damit. Hä, wo seid denn ihr? Wir sind hier. Ein Stückchen oben. Weil am Anfang käme jeder in sein Fenster, weil er dann voll Alarm vor dir auf geht. Ich warte immer bis ich 1000 Gold habe, dann kann ich mir die Shotgun holen mit dem Office. Ja. Ich hab mir auch grad die Shotgun geholt. Ich hätt gern... Ich weiß nicht, ob das geht, ob man Shotgun und Rifle haben können. Nein, kann man nicht. Nicht? Ich hätt die Shotgun. Ja. Äh, die Rifle. Au, du hast sogar das Office geöffnet. Cool. Und dann stand da, dass ich mit einer anderen Waffe da draufklicken muss und mich zur setzen. Richtig. Mit der Pistole hätte man da draufklicken müssen eigentlich. Wir können es ja irgendwann nochmal ausprobieren. Wir können ja mal so eine Runde machen, wo wir einfach viele Sachen testen. So, neue Waffen. So, dass man nicht wirklich mit dem Ziel spielt, ähm, zu gewinnen, sondern einfach, um das alles besser kennenzulernen zu können. Autsch. Ursula, du bist gerade alleine. Ich komme sofort. Ja, wenn du mir nicht sagst, wo du hinrennst. Ja, es tut mir leid. Ich bin nicht so gut im Kommunizieren. Oh Gott, mägig. Ich hab noch... ...ein halben Herz, denke. Ach, hier bist du. Ja. Oh, Digga. Der Scheiße, der Dude. Der kommt dann zusammen mit einem Hund ab. Ja, solange uns etwas hilft und uns nicht blockiert, ist das schon mal gut. Hinter mir ist einer, ich brauche Hilfe. Wo? Im Office? Das ist jetzt der Labo, ich gucke da. Okay, dann... Hast du gesehen, was ich meine? Jetzt bei mir, was du meinst. Ja. Hm. So. Wo bist du eigentlich jetzt, Digga? Ich bin wieder beim Anfangsbereich gerade. Ich auch. Ich bin hier oben. Runtergelaufen. Und repariere hier ein Fenster. Ich spare gerade darauf, dass ich Hotel holen kann, dann Apartments und die Rüstung. Ja, gut. Das ist nicht... ...schlecht. Ich spare auch gerade. Ich spare auch gerade. Dann kann man schneller beweilen. Ja, wir sollten auf jeden Fall... ...uns beeilen so ein bisschen, weil wir hängen echt krass zurück. Ja. Der eine kauft sich auch gar nichts. Und dann kommt der nicht nur was für sich selber. Ja, ich werde jetzt gleich Hotel freischalten. Ja. Dann könnt ihr euch meinetwegen die Rifle holen. Ne, voll Shotgun. Ja. Ja, die Shotgun ist auch so... ...das, was ich am... Ja, so schön Rückstoß. Oh. Das wollte ich gar nicht. Ups. Äh. Oh. Wollte eigentlich auf den Hebel dahinter klicken. Okay, du hast einen, ne? Blame Pro an. Ich habe jetzt... ...einen Flammenwerfer. Ich weiß nicht, ob es gut war, dass ich meine Pistole eingetauscht habe... ...aber ich probier's. Ich öffne schnell hier ein paar Kisten. Oh. Ach, das und so sieht der also aus. Okay. So, ich habe meine Pistole eingetauscht gegen eine Rifle. Oh Gott, jetzt habe ich nur einen Flammenwerfer und die Shotgun, Alter, das ist ja richtig dumm. Ich habe eine Rifle und... Wo seid denn ihr? Ich bin im Hotel. So gute Nacht. Ja? Was? Oh, ich bin down, weil ich meine Deckung vernachlässigt habe. Danke. Warum habe ich das getan mit dem Flammenwerfer, Alter? Weiß ich nicht, weil du aus Versehen raufgedrückt hast. Warum habe ich ihn mir dann geholt? Das ist total dumm gewesen. Egal, man muss ja auch mal ein neuer Damm aufnehmen. Geh weg, ich mag diese Hundefiecher nicht. Jetzt ist alles ruhig. Ich höre hier Zombies. Irgendwo. Und da ist einer. Ok, neue Runde, schlechtes Glück oder so. Ah, Apartments hat noch keiner gemacht, ich wollte gerade hoch auf eine Rüstung kaufen. Normalerweise hätten wir jetzt schon die Power Station mit der Power. Ja, wir haben irgendwie... Geh weg Hund! Ich mag diese Hunde nicht. Hab ich das schon mal gesagt? verrückte Französisch! Du hab kannst es bei der Power Station mit der Turbo here! Oh nein, auch noch die Runde mit Bombi. Also sind wir in der Rifle oder? Ich habe jetzt Rifle und Shotgun. Hab ich auch. Die Shotgun ist ja etwas langsamer und braucht ein bisschen mehr Zeit zum Aufladen und die Rifle ist halt für schnelle Kämpfe. Warum auch immer er gemutet ist? Ich bin wieder da. Ich habe gerade gefragt, warum du gemutet bist. Ich weiß nicht, ich habe gehört. Du brutzelst erstmal alles. Wo kommt ein Bombi? Der Bombi kommt aus irgendeiner der Fenster und es ist direkt das... Ne, hä? Wo ist er denn? Hier nicht, hier war ein kleiner. Nein. Nein. Ey, der kommt von... Komm hier bei mir! Wo bist du? Mach da! Die Shotgun macht doch richtig Schaden, wenn man da drin wird. Ich wollte auch gerade noch mal drauf. Habt ihr Apartments schon freigeschaltet? Nein. Aber wir könnten. Okay. Und hinter uns lief schon ein Zombie. Power Station? Ja. Die kommt erst noch. Danach. Brauchen wir 1.000 für. Aber ich würde erstmal Rüstung. Ja, Rüstung habe ich. Ich auch. Und es ist dieser Knopf hier vorne. Welcher? Äh, der vorne, auf meiner Seite. Ich weiß ja gar nicht, wo du bist. Gerade. Hier. Wer ist denn hier? Die Power Station freischalten? Ja. Hier. 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 Oh Gott. Oh Gott. Ein Herz. Hey, ich helfe. Komm. Alles gut. Es geht. Die bunten ist ja auch down. Wo bist du? Direkt mit. Daher hinten! Ein정 von der Finan holen wir auch neue Rüstung. Hält das schnelle Schießen eigentlich für immer an? ich denke ich habe das nämlich noch nie benutzt du hast aktiviert, ich wollte gerade hochgehen einmal in mein Leben geholt, aber ich bin mir nicht sicher okay und du kannst ja auch irgendwo Fire Bullets kriegen ja die sind ganz unten vor dem Garten pass auf, ich bin gerade runtergelaufen um dieses schneller Wiederbeleben zu wollen ich habe den Devin, du Navid, hinter dir hinter dir? und da, Tegan war schon mal schneller, gut ich habe jetzt revived, da kann ich euch retten okay, ich brauche dringend eine neue Waffe das ist ja nicht mehr schön alle ballen sie mit einer Shotgun rum oh, knapp ich habe die Sniper Sniper kann Zahnpasser gut die macht halt One Shot, aber hat halt wenig Munition und du musst dich natürlich treffen, musst die natürlich gut zielen können während du verfolgt wirst richtig ich kann Rooftop öffnen, aber dann habe ich kein Geld mehr für Rüstung ne, ich warte noch ich bin down wo bist du? wo bist du? alles gut, er rettet mich schon er rettet dich schon? gut dann baue ich hier oben die Dinger zu wo seid ihr denn überhaupt, damit wir wieder ein bisschen zusammenkommen? ich will gerade nach unten laufen und wo sind die anderen? ich bin, bin ich hier ganz alleine oben? ich bin, ja, ich habe keine Munition mehr in meiner, in meinem Flamethrower, aber ich kann mir keine andere Waffe holen du kommst schon oh ich bin hier ganz fliehen Take a visa.